Ja, jetzt sind wir wieder zurück in Keinberg an unserer wunderschönen Grundschule, die jetzt ausläuft. Es gibt, glaube ich, noch eine Klasse oder zwei Klassen hier, das soll also jetzt auslaufen. Sollte ja eigentlich letztes Jahr schon geschlossen werden, da haben die Eltern aber interveniert. Und es läuft also aus, noch ein paar Schüler hier. Ich selber bin auch hier zur Grundschule gegangen, mein ältestes Kind ist hier zur Grundschule gegangen. Und es war halt immer schön hier und es ist halt einfach so, dass einem das wirklich auch wehtut. Wenn die Kirche dann geschlossen bleibt, wenn der Kindergarten, der ist da hinten, der ist schon lange zu. Wenn man sieht, dass da die Fenster und die Türen zugemauert werden, das tut einem unheimlich weh. Aber wir können es im Moment nicht ändern und wir können nur versuchen, dass zumindest die Gebäude stehen bleiben und das alles wiederbelebt wird. Und dafür kämpfen wir nun mal hier und dafür sind wir auch heute wieder hier. Und ich bin für jeden Einzelnen, der hier heute da ist, unheimlich dankbar. Der Michael hat eben gesagt, wir schaffen es heute nicht nach Kuckum zur Kirche zu gehen. Ich lade jeden von euch ein. Mich findet man auf Facebook, auf Twitter, notfalls auch im Telefonbuch, Britta Cox, einfach mal nachgucken. Wenn ihr mal nach Werberat kommt und ihr möchtet die Kapelle sehen oder einfach was erzählt bekommen über Werberat, meldet euch bei mir. Ist kein Problem. Wir können Terminchen ausmachen. Ich bin immer da. Ist gar kein Thema. Gut, der Michael wollte auch noch was sagen. Überraschend. Überraschend. Der Michael möchte auch mal was sagen. Gut, dann übergebe ich mal an sich. Oh, guck mal, da ganz hinten kommen immer noch welche. Da war jetzt auch mal schön, oder? Wer mich schon länger kennt, hat sich wahrscheinlich gewundert, oder? So lange kann ich auch mal still sein. Ja, tut mir auch schon mal gut. Und ich glaube euch auch. Ja, das ist jetzt erst mal wieder vorbei. Ich habe gedacht, das ist noch mal eine schöne Stelle hier, um einfach noch mal innezuhalten, mal zu überlegen, was haben wir jetzt eigentlich gesehen. Und da war noch mal wieder so ein Eindruck von dieser Landschaft hier in der niederrheinischen Bucht. Ja, über die ganzen wertvollen Böden und so. Das habt ihr alle schon gehört. Aber noch mal. Und ich glaube, wir sind uns einig, aber ich muss es immer wiederholen. Das bleibt. Das bleibt hier alles so, wie es ist. In die Schule kommt auch wieder Leben. In die Kirche kommt mehr Leben. In die leeren Häuser kommt wieder Leben. Viele würden sich freuen, hier hinzugehen. Und das wird ein lebenserweiter Ort bleiben, genau wie die anderen Orte hier rundherum. Punkt. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Ja, natürlich ist ja viel Arbeit bis dahin. Es gibt viel zu tun. Und in diesem Jahr, ich meine, dieses Jahr ist, gut, jedes Jahr ist entscheidend, aber dieses Jahr noch mal besonders 2021. Na gut, ob wir wollen oder nicht, die Entscheidungen, das hat auch, glaube ich, am Anfang die Britta gesagt, die werden in der Politik gefällt. Und die Barbara hat es auch noch mal gesagt. LWE, klar, die baggern, solange sie können. Wenn ich so einen Bagger hätte, würde ich auch weiter baggern wahrscheinlich. Und die Sekos, die bewachen das und die Polizei wird missbraucht nach wie vor. Das geht alles weiter. Aber die Entscheidungen, die wegweisenden Entscheidungen fallen in der Politik, ob wir das wollen oder nicht. Auf die dürfen wir uns aber auch nicht verlassen. Wir brauchen nicht irgendwelche Politiker, die uns sagen, überlass das mal den Profis. Die haben uns in diese Scheiße geritten. Das muss man einfach auch mal klar sagen. Wir brauchen auch keine Politiker, die irgendwie Klausuren bewerten, die es nicht gibt. Oder die in Amtszeit jedes Mal mit Glück aufbeenden. Das brauchen wir nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Wir brauchen auch keine Politiker. Wir brauchen auch keine Politiker, die auf einmal irgendwie sich als klimamöglicher Kanzler irgendwie da aufspielen. Und dann kommt dieses Schreiben dann irgendwie aus Versehen in die Öffentlichkeit. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob er es alle mitgekriegt hat, was der Scholz gemacht hat. Im letzten Sommer hat er einen Brief geschrieben an die Trump-Regierung und hat einen Deal vorgeschlagen. Wir investieren Milliarden in unsere Häfen, damit wir euer Fracking-Gas nehmen. Dafür hört ihr auf mit dem Widerstand gegen Nord Stream 2. Oliver Krischer hat im Bundestag gesagt, das ist wirklich lohnenswert, die da angucken. Also dreckiger geht ein Geschäft gar nicht. Und die wollen uns irgendwas erzählen? Nein, die brauchen wir alle nicht. Ob die anderen es besser machen, müssen wir gucken. Aber wir müssen mit dafür sorgen. Da ist die Chance wenigstens da, dass was anders wird. Und das kriegen wir hin. Und in diesem Jahr gibt es viele Gelegenheiten. Ich vergesse jetzt bestimmt Daten. Aber gut, nächster Waldspaziergang. März, Hambi. Es ist noch nicht ganz klar, 14. oder 21. Guckt in die sozialen Medien, guckt auf meine Webseite, da werdet ihr es sehen. April, dann wieder hier. Und dann kommt der 9. Mai. Das ist auch nochmal ein spannendes Datum. Sind wir wieder am Hambi. Muttertag. Wir haben, Eva und ich, da steht sie, vor sieben Jahren haben wir angefangen am Muttertag im Hambi. Das wird natürlich ein großes Jubiläum. 19. März, ein wichtiges Datum. Freitag, 19. März. Große, eh nächste große Aktion von Fridays for Future. Und das wird in allen Städten, gibt es Aktionen. Ihr werdet viel darüber hören. Und ich bin so froh, ich alter Sack, dass es diese jungen Leute gibt. Und die werden auch in diesem Jahr wieder viel, viel mehr. Und da kommt die Politik auch nicht dran vorbei. Ja, und dann gibt es eine Aktion dieses Jahr, die wird auch spannend. Und da wollte jemand hier was sagen. Ich hoffe, dass das kurz und knapp geht. Wo ist er? Es geht um das RWE-Tribunal. Schaffst du das in wenigen Worten, was dazu zu sagen? Und laut, ne, vor allem. Andreas, mein Name. Ganz nah dran. Ganz nah dran. Andreas, mein Name. Und ich möchte euch ganz kurz was berichten über ein Tribunal, das wir planen. Wir haben festgestellt, dass ja alle politischen Instanzen, alle gerichtlichen Instanzen, alle behördlichen Instanzen nicht das Recht sprechen, wozu es eigentlich kommen sollte. Und haben gedacht, wir drehen jetzt mal den Spieß um und setzen RWE und NRW, als den sogenannten NRWE-Komplex auf die Anklagebank. Das soll schon in diesem Jahr ausgeführt werden, und zwar in Verhandlungstagen, die einerseits hier in den Dörfern stattfinden, in Lützerath, am besten noch in diesem Halbjahr. Und es soll dann fortgesetzt werden, auch an Verhandlungstagen in Essen, wo RWE sitzt, und Düsseldorf, wo eben die Landesregierung sitzt. Und wir haben festgestellt, dass es ja über alle Jahrzehnte, ob die Vorstände oder eben in den Landesregierungen, ständig im Grunde nur das erzielen wollten und erzielt haben, was RWE wünschte. Das heißt, im ganzen Land ist es einfach faul. Es stinkt bis zum Himmel, was da gewissermaßen passiert. Und wir wollen das aufdröseln. Wir wollen sozusagen jeden Akteur, der da, ob das der Kohleausschuss war, ob das der Regierungspräsident war, Landesregierung, wir wollen die einfach auf die Anklagebank setzen und sagen, ihr habt die ganze Zeit Unrecht gesprochen. Alles das, was in den Jahrzehnten passiert ist, war und ist Unrecht. Und das wollen wir gewissermaßen mit Betroffenen, Zeugen, Zeuginnen, mit Sachverständigen, wollen wir das einfach auch dann bearbeiten, behandeln. Wer Interesse hat, als Zeuge, als Betroffene, als Sachverständige daran mitzuwirken, aber auch in der Durchführung, in der Organisation, mag sich an mich wenden jetzt. Wir haben erst im Januar angefangen und das heißt, ihr werdet noch viel von uns hören. Nur bis dahin erstmal so, wer was schon mit beitragen möchte, kann sich hier an mich wenden oder an Christiane. Ist die noch da? Hier, wo ist hier? Also da. Also wenn jetzt jemand spontan sagt, ansonsten, wie gesagt, werdet ihr noch von uns hören. Tribunal, RWE-Tribunal, NRW-Komplex stilllegen. Das ist sozusagen der Titel demnächst, der dazu. Da gibt es auch eine Homepage und einen Link und Kontaktdaten. Ihr werdet von uns hören. Ich soll euch erst sagen, dass die Binden hier vorne eingesammelt werden und die Ordner binden. Und dann habe ich auch noch eine kleine Ankündigung. RWE will ja die Niederlande verklagen, weil die Niederlande 2030 aus der Kohle aussteigen und RWE deshalb dort zwei Kohlekraftwerke stilllegen muss. Und damit RWE und die ganzen anderen fossilen Industrien und Konzerne, die das jetzt immer mehr machen wollen, sobald ein Land versucht, Klimaschutzgesetze zu machen, diese zu verklagen, wird es jetzt bald in zwei Wochen eine internationale Kampagne geben, gegen diese Konzerne und gegen diese Art und Weise zu klagen. Also passt auf, bald wird es international nochmal so richtig Rambazamba geben. Und ich hoffe, dass wir dann auch ganz viele Soli-Grüße und Rambazamba hier im Rheinland machen. Danke, das war's. Danke, das war's.